Ich habe jetzt seit 20 Jahren eine Brille auf der Nase, bin unglaublich aufgeregt, weil heute werde ich gelasert. Ich freue mich wahnsinnig drauf und ich freue mich einfach drauf, jetzt dann alles machen zu können und keine Brille mehr zu brauchen. Es ist Wahnsinn. Ich kann einfach lesen, was auf diesem Zettel steht. Es tut überhaupt nicht weh, das Lasern. Es ist sofort vorbei. Es ist ein unglaublich berauschendes Gefühl. Ich sehe noch einen ganz leichten Nebel, aber ich kann schon alles lesen und ich freue mich einfach ohne Ende.